Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Endless Nightmare, nee Little Nightmare, genau so heißt das. Little Nightmares, letztes Mal kamen wir hier an und der Typ hatte ja ein Käfig geklaut. Und ja, dann sind wir gleich gestorben und jetzt sind wir wieder hier. Aber das macht nix, wir kommen hier wieder schnell weg. Sack, siehste, geht doch. Ich muss mich nur wieder an die Steuerung wieder angewöhnen, weil ich die Steuerung nicht mehr so ganz weiß. Wobei ein bisschen weiß es noch. So, ich glaube wir mussten hier ran ziehen, oder? Boah, ich weiß es gerade nicht mehr. Schon lange nicht mehr gespielt. So, sag auf da. Ah, doch. Ah stimmt, da mussten wir uns hier rüber schwingen, Leute. Stimmt, so war das. Da schwingen wir uns hier mal schlick rüber. So. Weiter kann ich nicht. Aber wie läuft man denn nochmal? Nee, das ducken. Das ist keine Ahnung, keine Ahnung. Nee, das war Licht. Viereck. Ach stimmt, da kamen wir hier und da mussten wir ja hier hochklettern. Jetzt erinnere ich mich wieder. So. Ich weiß nicht, sind wir hier gestorben? Nee, ne? Ich glaube, das war hier drüben. Ja, das war irgendwo hier. Ja, hier. Bei diesem Typ war das. Ich glaube, wir hatten sogar hier aufgehört letztes Mal. Ich weiß halt nicht, was wir machen sollen, da der Typ uns irgendwie riecht oder sowas in der Art. Aber in der letzten Folge hatte ich ja die Vermutung, dass wir hier irgendwie hoch müssen, aber wir kommen ja nicht hoch. Okay. Ich habe keine Idee, was wir noch hier machen könnten. Kommen wir auch nicht hoch, ne? Vielleicht in den richtigen Moment drüber sprinten. Oder jetzt krabbeln wir mal vorsichtig vorbei. Er riecht mich. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Leute. Was habe ich gemacht? Hier, rein, 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 rein. Nein, 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 nein. Oh, war das knapp. Aber okay, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Und zwar keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Aber irgendwie habe ich es geschafft, dass er dahin gerannt ist. Obwohl ich da war. Aber okay. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Genau, jetzt riecht er mich. Das ducken. Was macht er jetzt? Leute, was macht er? Soll ich mich wagen, an ihm vorbeizuschleichen? Komm, er geht, er geht. Jetzt laufe ich. Er kommt! Er kommt, Leute, er kommt! Oh mein Gott, ich bin weiter. Oh mein Gott, ich bin sicher. Was ist das hier? Muss ich hier das drücken oder so? Hallo? Ne, sieht nicht so aus, ne? Ich kann Schuhe nehmen. Kann ich das abbrennen? Nö. Okay. Oder muss ich irgendwas mitnehmen? Ach, das ist eine Kurbel hier. Ja gut. Das hat Loki, der Profi, gerade übersehen, aus Versehen. Aber das passiert mal jeden Tag. Oh mein Gott, er kommt! Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der hier reinkommt. Hä, was soll ich dann machen? Was soll ich machen? Es kann doch nicht sein, dass wir hier in diesem Let's Play scheitern oder... Na okay, also wir werden schon weiter versuchen. Aber es kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier so dumm bin, hier weiterzukommen. Oh, da hört er mich, oder? Die Tür ist auf. Oh, Mama, er kommt rein. Nein, er geht. Mach die Tür zu, ja. Ich glaube, ich muss mich die ganze Zeit ducken, weil ich glaube, wenn ich laufe oder so, dann hört er mich. Ich glaube, er darf mich nicht hören, Leute. Okay, schnell. Das hat er gehört. Lauf, 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 lauf. Oh, Mama Mia. Alter Schwede, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Ey. Mal wirf nicht mich mit Schuhe ab. Ist das ein Speicherpunkt? Ich glaube, das war Speicherpunkte, ne? Ja. Gut. Gefällt mir. Eieiei, was haben wir denn hier? Dürfen wir da auf den Schuhen drauf? Nee, oder? Doch. Man bewegt sich aber hier sehr langsam. Es kommt irgendwas. Ja, gut. Das passierte meines Zimmer auch manchmal, wenn man da vorbeiläuft. Alter, was ist das? Okay, was ist jetzt? Wo lang? Links, rechts? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da rechts, ne? Oder? Oder hier? Nee. Was soll ich denn da so schnell hinkommen? Okay, sprinten. Schaffe ich nicht, 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 schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Oh mein Gott, Alter. Siehst du, der Profi. Oh, paar Ratten. Cool. Oh, Mama Mia. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt, Leute. Statt L2 habe ich X gedrückt. Aber so ein Level mag ich. Wenn man so weglaufen muss, irgendwas. So, bin ich jetzt. Okay, gut. Weil somit schleift man. Da sprinten wir jetzt schon mal durch, da wir wissen, was passiert. Jetzt geht die Tür zu, oder? Alter Schwede, Leute. Hä? 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 Wie hat er mich geschnappt? Was habe ich denn gemacht? lol. Ach nee, nicht schon wieder. Okay, aber was muss ich jetzt machen im Fahrstuhl? Ich verstecke mich jetzt einfach hier unten. Er sieht mich nicht. Guckt euch mal seine Beine an. Oder muss ich da in die Kiste rein, wo er gerade ist? Das könnte auch sein, oder? Ich bleib bis hier stehen. Er haut ab. Ich gehe mal hinterher. Oh nein, hier ist ein Affe. Den darf ich wahrscheinlich nicht auslösen. Hä? 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 Wo bin ich denn hier? Muss ich den wegschieben hier? Wahrscheinlich muss ich den da auf dem Licht schieben, oder so. Hey, was ist denn jetzt los? Schieb doch! Mädel. Ey, du bist so schwach. Ich habe irgendwas gedacht, dass da... Irgendwie was machen muss. Ja, aber... Dass das unbedingt das ist, wusste ich jetzt... Oh mein Gott. Da oben ist da einfach. Alter, was... Sind das Puppen? Ja, ne? Da unten Löffel raus. Na ja. Das müssen wir jetzt machen. Hier lang? Leute, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll jetzt. Oder komme ich hier irgendwie hoch? Hallo? Hallo? Nein. Nein. Sieht nicht so aus. Oh, komme ich hier irgendwie hoch? Nein. 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 Nein, 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 nein. 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 Wow, was soll ich denn hier, wenn ich hier nicht hochkomme? Oder ist das einfach nur zu gucken, um was da ist? Und ich muss eigentlich hier oben lang? Okay, ich hab keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ach, ich... Ah, warte, hier. Ah. Jetzt locke ich den hier her. Geh rüber. Ah... Leute, wisst ihr was? Ich bin dafür, dass wir das einfach in der nächsten Folge versuchen, in sein kleines Puppenspielchen-Thema zu entkommen oder was weiß ich, was wir machen müssen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr wollt, drückt gerne auf Abonnieren. Und... Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020